Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Fall of the Samurai liebe Leute und die Gegner haben hier einen großen Fehler gemacht, sie haben hier ihre drei Armeen geteilt und deswegen werden wir diesen jetzt auch schonungslos ausnutzen, hier mit unseren Truppen vorrücken aber natürlich so, dass unsere Verstärkung auch dazukommen kann, im Zweifel und wir haben ja noch ein bisschen mehr so, jetzt wird es langsam echt krass, wenn ich hier alles zuziehen muss aber wir greifen mit unserer Hauptarmee natürlich an so, und das sieht so aus, jetzt wird es eine ganz schöne Schlachterei hier werden oh, der Gegner hat hier sogar die zwei Kanonen, kann er nicht nutzen, dafür hat er abends schon Kanonen dabei ja, gar nicht schlecht aber wir werden eine große Schlacht machen und die Schlacht natürlich auch selber spielen ähm, weil das wird bestimmt, trotz allem ganz lustig, wie unsere Truppen die Gegner hier vernichten werden und das Gute ist, und das darf man jetzt auch mal nicht vergessen wenn diese Schlacht gewonnen ist, können wir noch die andere Armee killen plus die Überrechte an Gegnern hier natürlich erledigen und dann können wir hier weit in den Westen vorrücken, würde ich behaupten also zumindest mal zwei, drei weitere Gebiete bestimmt erobern ähm, und das bringt uns unserem Ziel, nämlich dem Sieg, auch immer näher ähm, genau, ich habe mich jetzt übrigens entschieden ich denke, weil es jetzt gerade echt so gut läuft ich werde mit dem Imperator-Rom-Projekt oder einem anderen Nachfolgeprojekt mal noch warten ähm, und erst, ja, erst mal jetzt dieses Projekt hier abschließen weil ich glaube, so ultralang brauchen wir einfach auch nicht mehr und dann haben wir das erfolgreich abgeschlossen und können uns dann neuen Dingen zuwenden so, jetzt werden wir uns erst mal hier aufstellen die Artillerie darf auch gleich abrotzen so und die Infanterie teilen wir ein bisschen gut, und dann laden wir die Schlacht und werden da auch schon mal hier ein bisschen vorrücken gut, ich meine die Artillerie kann natürlich nicht, ist klar, die steht ja auch schon ich sollte jetzt nur nicht schießen, solange unsere Kollegen hier ja, dürfen wieder schießen übrigens oh, fuck, die werden uns jetzt gleich hier unsere eigenen Leute wegholzen, oder? nee aber das war vielleicht auch einfach ein bisschen eine dumme Idee wir bringen die Artillerie noch mal drauf und schicken die hier an die Flanke weil hier haben sie wenigstens nicht den blöden Hügel oh, der Feind schießt auch schon hm warum eigentlich kommen eigentlich unsere Truppen hier aufgeteilt ich würde eigentlich, ehrlich gesagt, erst gerne die eine Verstärkung haben und dann die andere, oder so und nicht von beiden irgendwie ein paar Teile naja was soll's, man kann nicht alles haben ok, die schießen da auf jeden Fall und treffen auch schon äh drücken wir mal vor auch von hier drüben oh, da haben sie jetzt hier voll getroffen von da drüben kommen, von links da kommen über dringend die feindliche Verstärkung natürlich auch interessant zu wissen das heißt, wir müssen hier ein bisschen reinhauen ein bisschen Gas geben, dass wir hier eben flankieren können weil hier den Hügel hochkämpfen wird eher nicht so nice sein ja ich meine, wir können leider die Verstärkung die Artillerie auch muss man wahrscheinlich nicht wegchargen das ist keine Chance ähm achso, die, achso, das sind keine Schütze ahhh euch ziehen wir jetzt mal bis hier vor schon mal genau und die hier stellen sich erst mal bis hier hin die Kaff wir haben hier ja noch mehr Sable Kavalerie wir holen die jetzt mal hier rüber und dann haben wir ja hier noch Schützen dabei zumindest ein bisschen was äh die schicken wir mal hier rüber und die ganzen Nahkämpfer, die wir hier haben bringen wir auch mal hier hin beziehungsweise gut, die könnte man vielleicht auch hier rüber schicken bis sie da drüben sind, braucht es halt ewig, gell ja, schicken wir sie mal mit hier hin diese Armeen sind echt sperrig aktuell ähm dann sind eigentlich mal unsere Artilleristen hier da noch eine Weile brauchen sie dann stellen wir sie noch ein bisschen weiter vor schade, dass das keine berittene Artillerie ist also die einfach ein bisschen schneller unterwegs ist das wäre schön aber hier dezimieren sie uns ganz schön unsere Leute weg so und dann nehmen wir die Truppen auch noch gleich dazu und laufen bis hier vor in etwa so so, weil die Idee ist jetzt einfach hier ein Übergewicht zu erschaffen oder vielleicht auch einfach die von der Seite weg zu chargen mit Kavalerie und Nahkämpfern und so weiter naja, das ist so ein bisschen die Idee sollten allerdings vielleicht jetzt hier nicht die Infanterie und die Kavalerie miteinander mischen weil schon schießt der da einmal rein und trifft noch mehr von unseren Leuten oh, das ist natürlich auch ganz schlecht hier gerade oh, fuck da habe ich wohl ein bisschen gepennt gerade schafft er hier drüben ein Übergewicht, oder? die Infanterie hätte ich vielleicht auch mal nachziehen sollen so, das heißt wir müssen uns jetzt hier noch ein bisschen eher noch mehr beeilen oh, oh dann greifen wir mal mit der Kavalerie hier an die Drucken kommen auch noch weiter vor jetzt müssen wir hier aufpassen weil hier haut uns jetzt schon den ganzen Flügel weg was echt nicht so nice wäre gut, hier kommen noch mehr und den greifen wir mal noch hier zusätzlich an greifen hier an mit den Schützen ziehen wir uns ein bisschen zurück ungefähr bis hier hin die sollen da angreifen General kommt auch dazu Artillerie darf auch mal anfangen irgendwann zu schießen wenn es geht so, die haben wir so gut wie weggeschossen hier sehr schön so, dann rücken wir hier vor die Kavalerie darf sich zurückziehen die Infanterie darf mehr auf den Flügel ausweichen die Truppen dürfen weiter hier hin gut, also wir scheinen hier wieder ein bisschen entgegen zu kommen gerade mit unseren Schwertsamurai und so so, dann sammeln wir hier einfach mal ein bisschen so, dann gucken wir mal hier so ein bisschen rein ja, sehr schön die machen das gut hier rücken wir wie gesagt vor ups dann sind wir hier die beiden kommen aus diesem gliedweise Feuern raus stellen sich jetzt mal hier neu auf und dann werden wir auch hier wieder gleich gliedweises Feuern aktivieren und die können nicht, die können auch nicht, die kann aber wieder so, viel Spaß mit denen rücken wir jetzt hier vor hier brauchen wir eigentlich gar nicht übertreiben weil das machen unsere Truppen hier einfach auch so an sich schon ganz ordentlich hier an der Flanke sieht es auch gut aus und hier die Artillerie, ich weiß gar nicht, die steht eher echt ein bisschen zu spät aber hier reinfeuern können sie schon noch haben wir jetzt nicht so das Problem mit und dann werden wir hier auch mal den kompletten Charge befehlen so aber ihr seht also mit einer Armee oder so wäre das hier wohl hart gewesen also war schon gut, dass wir uns zurückgezogen haben so und die CAF soll sich dann irgendwann auch einsatzbereit machen die schießen übrigens, die Artillerie feuert hier richtig gut auch rein sehr schön also passt schon und irgendwann mal so ja gut, die dürfen jetzt auch wieder noch ein bisschen vorrücken hier und irgendwann müssen wir dann mit unserer CAF vielleicht können wir das auch jetzt schon mal machen, hier außen rum reiten so hier drüben sieht so aus, als hätte sich die Flanke ja, ne stabilisiert würde ich noch nicht sagen ehrlich gesagt die Schützen, die Verbliebenen dürfen sich hier mal hinstellen hier haben wir ein bisschen feindliche Holzkanonen übrig oh, die muss man mal wegchargen, die nerven natürlich auch so und die Schützen, die jetzt hier stehen die dürfen mal ein bisschen die hier auch noch fünf Einheiten dürfen jetzt auch mal wieder ein bisschen vorrücken die sogar auch noch ups habe ich mich hier verklickt so ihr dürft auch vorrücken wir haben ja echt mal ordentliche Verluste oh oh so dann greifen wir mal hier an das sind eigentlich die Generäle ach da hinten sind noch Generäle für uns mein Herr gut was ist das hier? auch eine Einheit Herrbanner haben wir komplette Einheiten verloren echt krass oh, hier sollten wir jetzt mal in den Nahkampf gehen war also ganz gut, dass ich hier die Truppen hinbeordert habe das war gut dann hauen wir mal hier die Linieninfanterie weg die Yarikachi bevor sie sich formieren dürfen auch gerne sterben meine Einheit ist erschöpft mein Lord ja in dem Gefecht kann ich sogar echt verstehen wenn die Einheiten sich ein bisschen erschöpft fühlen am letzten Mal nur vom Verfolgen das war mir schon ein bisschen unangenehm dass die sich da so erschöpft gefühlt haben dann die kleiner Pfeifen so mit dem General reite ich jetzt mal außen rum und dann greifen wir die Einheit Schützen an oder auch nicht weil wir können auch jetzt schon den Angriff befehlen weil der Feind offensichtlich komplett flüchtet und das bedeutet für uns dass wir jetzt hier noch die wohlverdienten Heile aufsammeln dürfen hier noch einiges erledigen können hoffe ich aber zumindest mal die Artillerie sollen nicht mehr feuern oh ja guck mal was da alles noch flüchtet sehr sehr schön so der General verfolgt da drüben verfolgt hier drüben so ein bisschen dann können wir die jetzt hier noch schön zusammentreiben und hier noch einige erledigen dann schauen wir mal ob wir tatsächlich Einheiten komplett verloren haben keine Ahnung ehrlich gesagt das ja doch ein bisschen unübersichtlich war hier das war auf jeden Fall ein ganz schönes Gemetzel aber wenn man bedenkt dass da einfach noch hätten mehr von unseren Leuten kommen können ist halt schon krass weil es war ja noch nicht mal alles an Einheiten hier die hätten mitkämpfen können es waren doch mehr als 40 Einheiten hier logischerweise sowas ich will gerne mal die Herbanner da platt haben ihr macht hier gerade die Gegner ziemlich fertig wir gucken uns mal noch so ein bisschen das Schlachtfeld an also puh ja vor allem hier an der Stelle hier drüben muss es doch heftig gewesen sein ja hier war es auch heftig da liegen auch einige von uns aber krasse Schlacht hier wenigstens jetzt nicht wie die andere da vor kurzem die dann gleich wieder zu Ende war vor zwei Parts war es glaube ich auch hier war es natürlich heftig ich finde da muss man auch echt die Übersicht behalten so ein bisschen also das ist schon krass knapper Sieg naja weiß nicht war ein bisschen nervige Schlacht aber fand es jetzt nicht gefährdet irgendwie waren ein paar unnötige Verluste dabei auf jeden Fall so weil es ja gewünscht ist gucken wir auch hier mal nochmal in die Statistik rein verloren haben Linieninfanteristen am meisten aber komplett vernichtet wurde keine Einheit wie es aussieht ja gut ähm getötet haben sie dann auch ja annähernd so viele gucken wir mal wer hat am meisten Infanterie des Shogunats 74 verloren 362 gekillt 358 für die Yarikachi Linieninfanterie ihr seht es richtig gut wir haben eigentlich unsere Artillerie gekillt die kommen wir glaube ich am schnellsten wenn man hier drauf geht aber wobei nicht mal weil ja äh also die werden jetzt gar nicht angezeigt weil die nicht in die Hauptarmee gehörten doch nicht blöd ah Erich Geschütze 60 Mann ja die anderen keine Ahnung wo die gerade sind egal so gut so man kann hier auch durchschalten oder wie und dann würden wir es von denen jetzt sehen ne keine Ahnung es werden alle angezeigt hier vermutlich ja gut passt ok wunderbar seht wir haben da auch noch ordentlich Leute übrig in der einen Armee hier gut die hat echt ein bisschen gelitten die Armee muss man schon mal sehen hier sind auch einige drauf gegangen ähm ich glaube sogar ich stelle mich mit der Armee mal kurz da eine Runde hinten hin mit denen stellen wir uns hier hin und dann können die mal eine Runde Verstärkung kriegen falls ihr uns jetzt hier mit der angreift ich glaube das würden wir auf jeden Fall schaffen gegen die Armee die anderen die können wahrscheinlich gar nicht angreifen also das passt dann so und hier unten geht es dann nächste Runde weiter gucken wir mal ganz kurz was können wir denn hier machen also nichts was wir wollen wahrscheinlich genau ne da haben wir gesagt warten wir ab dann beenden wir die Runde und schauen mal irgendwas hat da oben übrigens ein der greift echt an ok ach du scheiße da kommen noch mal welche ja aber wir machen das viel Artillerie hat er das heißt wir müssen wahrscheinlich relativ zügig angreifen ach du scheiße ist jetzt echt eine Brückenschlacht hmm gut ich meine wir können uns natürlich auch weit nach hinten zurück ziehen und seine Artillerie bis auf die Armstrong Kanonen oder was das sind die kommen ja nicht so weit stimmt eigentlich wir haben irgendwie nur eine Einheit Artillerie vorhin gekillt tatsächlich gell auch ganz komisch naja aber das ist jetzt mal wirklich eine Armee mit wieder Milizeinheiten quasi ich meine wir probieren das jetzt einfach mal und ziehen uns jetzt hier erstmal recht weit zurück und wenn er dann immer noch auf uns feuern kann wäre das natürlich doof aber wenn nicht ich meine ich habe Zeit ich kann auf hier warten oh da kommen unsere Verbündeten warum kommen die jetzt von dort hä das verstehe ich ja jetzt auch mal gar nicht vor allem relativ bescheiden weil er uns halt hier natürlich die Einheiten wegschießen kann ja jetzt drücken wir erstmal vor und wir nehmen ja hier die Infanterie und die Artillerie raus nehmen jetzt mal nur die Schützen und stellen die mal hier hin und die Kaff stellen wir hier oben hin und die normalen Infanteristen nehmen wir dann hier hin und mit der Feind Kaff na ich glaube die greifen wir mal an kriegen wir eine Einheit Artillerie mit und das ist natürlich ganz uncool dass wir uns jetzt den General hier angreifen bis die halt auch alle über die Brücke drüber sind und so oh oh das könnte eine richtig gefährliche Schlacht werden soviel zum Thema ja das gewinnen wir easy da wäre ich mir gar nicht so sicher ehrlich gesagt liebe Leute hier die Sperrträger brauchen wir jetzt doch nicht da drüben mitnehmen wir schicken die komplett hier hin und hoffen jetzt mal natürlich auf unsere Leute die hier hoffentlich schussbereit sind bald ja so ich bin so ein Trottel der hat jetzt seine ganze Artillerie da so ohne Verstärkung stehen genauso hier drüben und meine Kavalerie ist hier hinten beschäftigt sind die fertig? Nein ich frage vor allem die verlieren auch und die Sperrträger doch hier hinten ja kommt mal mit die eine 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 Schützen hier die schicken wir da schon mal rüber äh achso da sind auch noch Schützen ok immerhin das Ding ist halt ok wir rücken hier dann auch weiter vor bleibt uns nichts anderes übrig so schnell wir müssen uns halt echt ein bisschen beeilen erstmal unsortiert und dann müssen wir da die Einheiten weghauen aber die Holzkanonen sind auf jeden Fall so gut wie tot oh hier schießt er uns aber ganz schön die Leute weg warum schießen die eigentlich nicht dagegen war auch mal interessant zu wissen ok wir haben hier oben ziemlich verkackt mit unseren Reitern jetzt haben die Sperrträger aufräumen müssen oh da kommt Katana Kachi und so also auch nicht so schön hier ich glaube wir werden hier mal unsere Taktik ändern und uns ein bisschen zurückziehen an der Stelle so und dann greift ihr hier an und mit den beiden Sperrträger Einheiten greifen wir hier an mit den beiden Sperrträgern greifen wir hier an und die beiden Sperrträger helfen hier mal noch mit aber wobei das hat jetzt doch geklappt ganz gut aber gut im Prinzip ist es auch nicht so schlimm wenn die dann noch ein bisschen mithelfen so und hier war es auf jeden Fall wichtig dass wir uns ein bisschen zurückfallen haben lassen gut die Sperrträger werden auch erledigt da oben brauchen wir also mal neue Kavallerie hier aber die machen es ganz ordentlich so hier kommen nochmal Schützen dazu ja schnell darüber die Nahkämpfer dürfen auch hier hin stehen oder sind auch nochmal Schützen die dürfen dann auch hier hin hier greift da an und eben ihr 4 greift die hier mal an und ihr greift ja sowieso hier an das ist gut wo die Schützen hier brauchen wir wahrscheinlich alle gar nicht unbedingt so ich ziehen wir jetzt einfach mal hier rüber weil ja hier oben noch einige steht auf dem Berg so jetzt stehen unsere Truppen wieder echt gut und schießen echt auch ordentlich ja dieser kleine Winkel ziehen hier das war wichtig da uns ein bisschen zurückzuziehen jetzt können wir hier auch die einfach verfolgen die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt schon in Ordnung genauso wie wir hier ja ich hoffe so viele wie möglich von diesen blöden Kanonen hier auch killen oh fuck das tat natürlich weh zieht durch Leute zieht durch dass die nicht mehr schießen dürfen können so gut das sieht doch jetzt ordentlich aus oh hier drüben werden wir jetzt gecharged das ist nicht so ordentlich da müssen wir jetzt mal angreifen ah wo die Flüchten dann chargen wir mal den Katana Katschi entgegen so hier greifen wir an die verfolgen hier ordentlich gut 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 die haben die erledigt komplett sehr schön ja die sind offensichtlich nicht so schnell zu Fuß die Artilleristen ha ha schön 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 also verlustreich auf jeden Fall aber trotzdem in Ordnung für uns gerade noch so so jetzt gehen wir mal mit den Schützen hier auch noch dazu mit denen hier auch helfen da ein bisschen mit die dürfen die gerne noch abschießen das ist in Ordnung gerade natürlich komplett schade dass wir so viele Leute bei unseren also unsere Kavalerie verloren haben das ist natürlich echt bisschen blöd aber gut müssen wir dann gleich eben nochmal ein bisschen nachrekrutieren wir setzen das ganze Gefecht erstmal noch ganz kurz fort weil ich hier gerne diese Artillerie killen würde aber da sind noch ganz schön viele dabei tritt da überhaupt einer? ne irgendwie nicht gut ich meine solange hier noch ein paar die abschießen können machen wir das auch noch ein bisschen was kriegen wir hier noch aber die sterben irgendwie echt gar nicht naja egal dann machen wir mal Feierabend so ich habe Escape gedrückt danke so entscheidender Sieg sehr gut das gefällt mir das gefällt mir sehr und dann können wir jetzt mal gucken wie sieht das auf der Kampagne gerade auswirkt mal schauen wie viele Gegner wir jetzt auch hier gekillt haben in der Schlacht ich hoffe einige also es sah zumindest ganz gut aus gut es sind relativ viele entkommen wir haben Holzkanonen bekommen 1201 haben wir 2521 der Gegner ja wie gesagt einige sind entkommen wir haben eine 100 Kav und eine 100 Infanterie des Shogunats verloren das ist natürlich schade ja am meisten gekillt hat so eine Herberne Infanterie ah ne hier die Infanterie gut gut sehr schön ja das mit der Kavallerie war echt ein bisschen bescheiden aber was will man machen so die beschießen uns jetzt natürlich hier auch noch weiter aber ihr seht da ist echt nicht mehr viel übrig so ja Handelsrute überfallen was gibt es Neues so das heißt wir können hier auch mal nochmal ich denke zweimal Säbel Kavallerie rekrutieren und zweimal Infanterie des Shogunats mal wieder ähm nehmen hier die Katana Kachi mit jetzt kann ich hätten wir die jetzt hier upgraden können weiß ich gar nicht ne das geht nicht einmal rekrutiert das ist entscheidender Faktor ähm ja komm machen wir es mal so dann haben wir jetzt ja hier unsere Schiffchen so und dann fahren wir mit denen mal hier hoch mehr werden sie jetzt nicht glaube ich ne sollten jetzt alle rekrutiert sein also wenn es damit jetzt nicht klappt dann verstehe ich die Welt langsam nicht mehr klar da sind noch ein paar mit Holzverkleidung dabei aber trotzdem wir haben jetzt auch hier Explosionsladung ah ne das haben wir ja gar nicht erforscht wir haben ja hier unten Unterdrückungsfeuer gesagt machen wir ja gut egal müsste aber trotzdem hinhauen 19 Einheiten nur warte mal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 Einheiten nur hä oh ja gut nehmen wir eine Einheit Infanterie des Shoguns hier rein hier haben wir 2 gut hier ist nicht so wichtig da können wir es dann zusammenlegen wie wir wollen ist jetzt nur die Frage reicht uns das hier schon mit den Verbesserungen oder noch nicht mir vorzurücken mir vorzurücken aber ganz ehrlich gegen die Pappnasen da schaffen wir das dann auch schon noch mit der Armee hier ja das reicht mir jetzt erstmal und die dürfen auch noch mit weil das ist jetzt auch nicht so wichtig wenn da mal eine Einheit abkratzt aber die Truppe hier ach shit die hat keinen General das heißt die muss ganz da zurück nach Tajima äh ja gut dann nehmen wir mal den General der hat auch nicht immer so viele Leihwächter nehmen den hier rein und sagen wir mal mit dem in unser Gebiet die brauchen wie gesagt keine Verstärkung unbedingt und dann probiere ich mal was hier passiert wenn man jetzt dort angreift das würfeln wir aus 148 zu 966 ist ok so perfekt und dann werde ich hier noch den Angriff noch nicht befehlen sondern erstmal hier die Truppen drüber schicken und dann werde ich glaube ich hier im nächsten Part diese Schlacht hier führen ja auch hier Feind hat viel Artillerie dabei bin mal gespannt wird wahrscheinlich auch ja mal gucken wie spannend die Schlacht wird keine Ahnung sehen wir dann aber da schauen wir uns das ganze im nächsten Part an vielen Dank fürs Zusehen bis dahin macht's gut danke fürs Zusehen ciao Leute